Hi zusammen! Ja, normalerweise stehe ich an meiner weißen Tafel und produziere Mathematik-Tutorials, was mir natürlich immens wichtig ist, Mathematik in Anwendung. Gerade aus Rückmeldung von euch, relevantes Thema Finanzen, Finanzbildung. Ich kann heute den Startschuss geben, den Kick-Off für die Initiative Fuse. Gemeinsam mit der Stiftung Rechnen, wo ich ja schon Mathebotschafter bin, wird es jetzt darum gehen, für euch offline und online Angebote zu schaffen, damit ihr wirklich für Finanzen begeistert werdet und besser werdet, Dinge versteht. Stiftung Rechnen hat mich als Infuser auserkoren und ich habe natürlich gesagt, da bin ich sofort mit dabei. Und das Beste, ihr könnt mitgestalten. Ihr könnt Teil von Team Fuse werden. Ja, das Motto ist Let's Fuse. Wir wollen gemeinsam gestalten. Es geht darum, dass ihr die bestmögliche Finanzbildung bekommt, dass ihr auf eure Lieblingsart zu lernen begeistert werdet für dieses Thema, egal ob mit Erklärvideos, Podcasts oder sonstigen Erklärformaten. All eure Themenwünsche packt sie in die Comments oder schreibt an info-at-fuse.de und wenn ihr mindestens 14 Jahre seid, habt ihr die Chance, Team-Member zu werden. Wenn ihr wollt, schreibt das direkt mit dazu. Wir werden nicht nur online regelmäßig kommunizieren, sondern uns auch ein- bis zweimal im Jahr vor Ort treffen. Ich werde es über meine Socials kommunizieren. Vielleicht kommt ihr sogar mit in einen meiner Edo-Vlogs. Ich freue mich auf euch. Eine Sache noch, cooles Event, schon mal vormerken. 30. Jahrzehnte live in Hamburg, der Fuse Day. Ihr werdet weitere Infuser kennenlernen, wie zum Beispiel Frau Prof. Dr. Silke Lade. Sie ist Professorin für Mathematik und Didaktik. Eine ganz fantastische Person, die zeigen wird, dass Mathematik in Anwendung hier im Bereich Finanzbildung super viel Spaß machen kann. Es wird Workshops geben, wo ihr Präsentationen erarbeiten werdet, die, die mir länger folgen. Ihr kennt es ja. Höchster Lerneffekt durchs Erklären. Es wird ein super interessanter Tag. Es wird Vorträge noch geben. Auch ich darf einen Vortrag halten. Wenn ihr bis dahin up-to-date bleiben wollt, hüpft auch in die Socials von Fuse rein. Ich freue mich auf euch. Let's fuse together. Das ist ein sehr guter Vorteil.